und herzlich willkommen zu partnummer 5 von herr der ringer schlachter mittels mit der guten kampagne und wir spielen die graue antworten oh mein gott da ist schon krieg brandschatzung los 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 mann ich möchte spielen ich möchte mit ihr ein spiel spielen nach tausenden von jahren kehren die elben mittelerde den rücken um nach hause zu segeln unzählige elben warten an den grauen antworten in der hafenstadt mittel und darauf nach westen in see zu stechen doch selbst diese abgelegene stadt ist vor saurons zorn nicht sicher die kursaren aus umbau blockieren den seeweg nach westen und drohen die stadt einzunehmen ich werde sie töten alles gerade töten glorfinde wir hörten dass du kommst korsaren aus dem süden haben unsere schiffe versenkt und den hafen geplündert ihre boote kreuzen vor der küste und versenken alle schiffe die den hafen verlassen zwerge zurück in die höhlen sagt unseren brüdern dass der feind hier ist sie werden euch gewiss zuhören zurück zu den blauen bergen elben mittel uns jagt diese elenden korsaren aus diesem wasser ich werde euch führen schnell bevor die überrennen aufschließen wir dürfen nicht zögern schnell 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 geschwind etwas geht hier vor sich schnell 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 hier können wir nicht bleiben sie greifen die siedlungen an sie greifen einen lohrenbaum an die schlacht hat begonnen keine furcht zwingt dieses pack in die tief wir müssen uns vom feuer fern halten jetzt gute idee das ist ja die fesseln grobbitjes ich kenne diese gegend ach schön dass du sie kennst guck bei denen da hier kann man ganz runter gehen das ist ja ein witz das ist ja witz los ich bin hier wo sind die kernen ich bin dabei meine axt ist hungrig meine auch unsere feinde kommen neben hier bilden ich werde mich finden ich werde euch führen wir müssen den kai nehmen und die blockade mit unseren schiffen durchbrechen er sende truppen zu den schiffswirten so mache ich haltet die augen offen die elben brauchen dieses wir haben den umbau abschaum niedergestreckt das böse ist über das land gekommen schön so muss das sein jetzt wird das gebäude und schnell schnell nicht verfügbar wieso nicht verfügbar man es ist geschafft wir haben beide werften genommen zuallererst müssen wir einige schlachtschiffe bauen sie sind das rückgrat unserer flotte wir bauen mal 20 stück wir bringen spere aus mit lond 5 na 7 sogar dann machen wir hier noch eine das wissen der werften mit londes ist unerreicht aber denkt daran die waffen und die panzerung der schiffe unserer flotte zu verbessern ja ok ja ok wir haben nicht genug geld man die schwerte lorien gut gemacht diese schlachtschiffe werden den untergang der korsaren besiegeln die korsaren erwarten uns und verspotten uns tragen wir den krieg zu ihnen noch nicht noch nicht noch nicht ich will noch ein paar kriegsschiffe haben dass ich dir einfach so plätsch umrenne überrenne umrenne überfahre keine ahnung überschwimmen der feind kommt über uns da kommen die einfach angefahren das ist eine sauerei man ich kann auch nicht mehr rauszoomen das ist doch ne scheiße da können wir ja wir sind hier los die schwarzen schiffe blockieren unser helfen greift sie an verbrecht die blockade die werften haben ein mächtiges schiff fertiggestellt das sturm schiff wenn es ein feindliches schiff rammt erzeugt es einen alles verschlingen den strudel baut nun in der werft ein sturm schiff ja du scheiße das geht ja nicht ab aber ach du scheiße wegzock sie greifen schon wieder an ja sonst einfach lernen wir das nicht machen die schlacht hat los das schaffen wir wow wir haben noch viel zu tun hier entlang doch ja Der Feind kommt über uns. Oh, dann macht das gut. Die Blockade ist durchbrochen. Wir müssen die Werften der Corsaren erobern. Aber dazu brauchen wir Transportschiffe. Baut einige Transportschiffe. Mit ihnen können wir unsere Bataillone verschiffen. Okay. Werkzeuge bereit. Haltet die Augen offen. Ja. Wir müssen mittelärer geschickt werden. Gut, das Transportschiff ist fertig. Beladet es nun mit unseren Elbenbataillonen. Na dann. Da ist doch schon wieder so ein Kriegsschiff. So ein Witz. Wir haben kaum noch Rohstoffe. Ja, ich habe kaum noch Einheiten. Ich kann ihn nicht einfach sinnlos in den Krieg schicken. Da will keiner rein. Ich habe doch gewusst. Oh, da sind schon wieder zu... Das Böse kommt über uns. Yay. Wie soll ich da rüber? Mann, 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 Mann. Die Kursaren scheinen aus einer Festung im Süden zu kommen. Findet sie und erobert ihre Werften. Komm schon, geh weg, Sturm. Los, 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 los. Was? Das Stift ist kaputt? Echt jetzt? Oh, Mann. Die Kursaren scheinen aus einer Festung... Halt die Fresse! Findet sie und erobert ihre Werften. Mehr Rohstoffe. Ja, wie denn? Wir haben noch viel zu tun. Das ist doch unfassbar, ja. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Ich werde mich ihnen stellen. Beeilt euch! Sie greifen an! Jey. Wir haben kaum noch Rohstoffe. Ich weiß. Ich bin hier. Wo sind die Kerne? Gehen wir los. Da wir warten müssen... Die sieht doch gut aus. Kuhflecken. Ah. Da macht es... Namm, 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 namm Die Korsaren scheinen aus einer Festung im Süden zu kommen. Findet sie und erobert ihre Werften. Ich bringe das Baumaterial. Lauft weg! Ich habe die Korsaren. Es ist sehr schwer. kann ich das nicht zerstören kann ich das nicht einfach zerstören ich glaube das wäre einfacher die kosaren scheinen aus einer festung im süden zu kommen findet sie und erobert ihre werften ich wusste das würde passieren ich brauche auf jeden Fall 20 Sturmschiffe noch um irgendwas zu erreichen es ist viel zu hart Hakuna Matata dieser Spruch sag ich gern ich habe gerade so viele gegner gesehen da habe ich erstmal angst gekriegt Hakuna Matata du bist doch ein Idiot Hakuna Matata ist stets modern ich frage mich ob der Leben verliert weil er brennt oh wie viele Schiffe sind denn da oben scheinen aus einer festung im süden zu kommen findet sie und erobert ihre werften du sagst doch so easy ne Bro ich muss da nur eine Einheit hinkriegen wir müssen den Schatten aufhalten geht auf leisen Sohlen nur eine Einheit beeilt euch ich werde mich ihnen stellen wir brauchen mehr Rohstoffe Hakuna Matata ich bin bereit allzeit bereit die Korsaren scheinen aus einer festung im süden zu kommen findet sie und erobert ihre werften kommt schon kommt schon kommt schon kommt schon ja das muss reisen ja das muss reisen das muss reisen Leute das muss reisen zeigen wir es ihnen wir müssen ihnen standhalten komm schon das muss reisen wenn sich das Transportschiff der Küste nähert wählt die Bataillone auf dem Schiff aus um an Land zu gehen scheiße das reicht nicht da finde da finde da finde ich weiß nicht wie das machen soll mein Gott mir fehlt das ganze Gold und so ein Scheiß das ist auch scheiße kann ich machen was ich will wir haben kaum noch Rohstoffe esse ich lieber meine Schokolade ganz gemütlich und mache einen langen Tag mit Knistern und Schokolade essen die Korsaren scheinen aus einer festung im süden zu kommen findet sie und erobert ihre werften nom 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 mal genau zack und die das ich wenn Der Feind kommt über uns. Die Korsaren scheinen aus einer Festung im Süden zu kommen. Findet sie und erobert ihre Werften. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Jo. Kann das Ding kein Tempo-Zauber haben oder so ein Schall. Komm schon, Erik, der Nächste. Oh shit. Boah. Ich hab schon mal einen Tod in den Augen gesehen. Wir haben kaum noch Rohstoffe. Komm schon. Mann. Nein! Nein! Die Korsaren scheinen aus einer Festung im Süden zu kommen. Findet sie und erobert ihre Werften. Nein! Oh! Mann! Das war so ein Sleaky-Idioten-Move wieder. Das Böse kommt über uns. Oh! Mann! Hyda ist bereit! Lass die Boote zu Wasser! Wir müssen unsere Heimat verteidigen! Die Sturm ist so schwer. Gerade. Oh, Mann! die korsaren scheinen aus einer festung im süden zu kommen findet sie und erobert ihre werften nein 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 was wird das denn gemacht komm schon komm schon nein 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 unsere Freunde kommen über uns oh shit oh shit komm schon komm schon lande 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 komm fahr doch fahr doch fick dich fick dich die korsaren scheinen aus einer festung im süden zu kommen findet sie und erobert ihre werften die schlacht hat begonnen die schlacht hat begonnen haltet die augen offen einfach nur nein 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 ach guck mal da sind schon wieder zwei fucking schiffe wo kommen die denn her wie viel gold haben die denn die korsaren scheinen aus einer festung im süden zu kommen findet sie und erobert ihre werften ja fick dich kann doch nicht so schwer war wir brauchen mehr Rohstoffe der Feind rückt vor unsere Feinde kommen über uns die korsaren scheinen aus einer festung im süden zu kommen findet sie und erobert ihre werften ja 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 und ja du warst das scheiß schiff dann nicht lenken kann oder was wir haben kaum noch rohstoffe direkt spiel wir brauchen mehr rohstoffe Die Korsaren scheinen aus einer Festung im Süden zu kommen. Findet sie und erobert ihre Werften. Wow, die haben mich getötet hier unten. Ich glaub's ja nicht. Haben die schon wieder geschafft. Und da kommt so ein Kruppelschiff rein. Das ist doch ein Witz, das ist ein richtiger Witz. Oh man. Hey, bleib stehen. Hey, ob man kann so schnell fahren oder was? Bleibt wachsam. Die Korsaren scheinen aus einer Festung im Süden zu kommen. Findet sie und erobert ihre Werften. Wir haben kaum noch Rohstoffe. Sie greifen an! Wow. Wie unerwartet. Da bin ich ja mit Edward bei Assassin's Creed einfach. Also mit den Piraten jagen. Die Korsaren scheinen aus einer Festung im Süden zu kommen. Findet sie und erobert ihre Werften. Ja bitte, findet sie. Komm schon, komm schon. Nein, kein Federmann. Oh, was machst du? Baby, was machst du? Oh, ich glaub, ich hab's geschafft. Schnell, 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 schnell. Jetzt gehört das Gebäude uns. Die Schlacht hat begonnen. Die Korsaren scheinen aus einer Festung im Süden zu kommen. Findet sie und erobert ihre Werften. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wir haben es geschafft. Wir haben beide Werften genommen. Nein, nein. Der Wind trägt dunkle Vorzeichen über das Wasser. Die Herolde der Armada blasen zum Angriff. Nein. Wie denn? Wie denn? Wir haben nichts mehr zu verteidigen. Oh, 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 oh. Der Feind kommt über uns. Wir haben nichts mehr. Wir haben kein Geld, kein Gold, kein gar nichts mehr. Jetzt holen sie sich das noch wieder zurück. Alter, was kommt denn da an? Wir haben nichts. Baumeise, rennen. Der Wagen kommt. Das Böse kommt über uns. Ich weiß. Bogenschützen Lorentz. Macht euch bereit. Ich muss sie doch irgendwie aufhalten können. Verzweiflung. Verzweiflung meint es nicht bereit. Ich bin zurückgekehrt, um Mittelerde zu retten. Das ist etwas Positives. Neun. Neun. Jetzt sind wir zurück. Ich zeige euch den Weg. Ich zeige euch den Weg. Seid leise. Wir haben eine Kaserne errichtet. Wir suchen unser Bestes, Leute. Seid frohe und Mutes, Zwerge. Ich kümmere mich darum. Mehr können wir da noch nicht tun. Die Schlacht hat begonnen. Ich kenne diese Gegend. Wir sind ihnen ebenwürdig. Nein. Nein. Oh, shit. Oh, die shit. Nein, rein. Gehen zurück. Tom, helfe uns. Zerstört alles. Das Böse kommt über uns. Bogenschützen Lorentz. Macht euch bereit. Ich finde das Ende. Ich baue so lange die haben wir hier auf, irgendwie. Man muss ja klappen. Von mir aus kannst du das behalten. Wir sind die Schwerter Lorentz. Mann, 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 Mann. Ah, schon wieder. Wir müssen uns zusammenhängen. Wir sind die Schwerter Lorentz. Meine Axt ist hungrig. Oh, shit. Was kommt jetzt? Die Zwerge, sie eilen uns zur Hilfe. Ja, wir konnten unseren Freunden ja nicht den ganzen Spaß überlassen. Zwerge, Mann. Wir sind die Schwerter Lorentz. Vorwärts. Ihr seid hier, Zwerge. Ich hab Pipi in der Auge. So, dann treffen wir uns hier. Die Zwerge haben es vorgemacht. Wir haben die Kaserne erweitert. Das Böse ist über das Land gekommen. Werkzeuge bereit. Ja, die Halle der Krieger. So, dann baut ein paar Törmchen. Baut dieses Land auf. Ich mache nur ein Päuschen. Der Schießstand ist fertig. Der Schießstand ist fertig, Mann. Wir haben einen Schießstand, der Bauplatz. Wir machen Päuschen. Ich mache nur ein Päuschen. Alles gut verzurrt? Jo. Brr, Mädchen. Brr, 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 Brr. Schnell, an die Zügel. Jetzt schaffen wir, Leute. Wir müssen den Schatten aufhalten. Ah, da war noch eine Trübe. Der Seite bereit, Bogenschützen, vorwärts Zwerge. Ich bin bereit. Streitwagen. Baut es mit Zwergen geschätzt. Was geht hier vor sich? Wo werde ich gebraucht? Das Gebäude wäre fertig. Baut es mit Zwergen geschätzt. Keine Zeit für Ruhepausen. Wir fangen an. Wo werde ich gebraucht? Hier und da und überall. Ich kenne diese Gegend. Wir haben ein neues Gebäude. Das müssen wir schaffen, Leute. Aber ich würde mal sagen, das war Part Nummer 5 von Herr der Ringe. Schlacht um der 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.